ich habe es schon verschissen ich habe es schon verschissen ich kann das ohne Medipack ich kann das ohne Leben zu verlieren das klappt wohl aber man muss perfekt auf den Schalter okay, das war halt ganz schlecht schon wieder verschissen ich muss perfekt auf den Schalter kommen schon wieder verschissen ich stehe immer zu schläg ich stehe immer zu schläg nicht so schnell kann ich bin ich bin ich bin ich bin schon ich denke es schafft nicht jeder vielleicht haben wir ein paar mal probieren oder so der erste und möglich verletzten meines Erachtens ihr könnt es ja ein Video schicken wo es jemand erst mal schickt er schafft so jetzt bin ich genau in der gleichen Stelle wo ich hier eine Feder hatte so ich will die nämlich von hier oben töten weil wenn ich mit der Seilbahn runter fahre dann habe ich voll das Problem naja vielleicht klappt es ja so wenn ich hier hinlaufe und wieder zurück und wahrscheinlich aber dann kann es ja mal probieren na kommt ihr Bastarde ihr scheiß Hunde naja davor hat es so gut geklappt wieso klappt es jetzt nicht ich probiere jetzt einfach mit der Seilbahn zu fahren also wenn das klappt ey ja die warten doch schon die Penner jawoll ja also wenn das klappt ey ha 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 geil echt das hat geklappt mega ok so immer müsste da jetzt gleich so ein scheiß Kerl rauskommen aber so lange schiebe ich die Kiste ein vor ja da habe ich sie noch gesehen ich bin doch nicht blind äh blind so so jetzt Achtung ok sieht man nicht ah jetzt haben wir uns gesehen das Ding fliegt auf jeden Fall runter so speichern nochmal hm ich weiß jetzt nicht ob die Leben verliert so hoppala so war jetzt wo hab ich jetzt gesaved nirgendswo natürlich achso hab ich schon gemacht oh gut achso da kann man laufen stimmt ja oder kann man das noch nicht doch das ist gut das ist sogar sehr gut alles klar irgendwie bin ich voll stolz über was ich das ohne also nur mit Pistolen schaffe das ist unglaublich das hat noch keiner zuvor gemacht denke ich ja vielleicht wohl aber aber beides auch noch unglaublich ich schmerz dir so so hier müssen wir mit dem körper rein springen sonst kann man das nicht sonst schafft ihr das nicht ja und das Level dauert noch ein bisschen vielleicht jetzt oder noch es ist jetzt schon dreiviertel um wenn das ist so wenn die die deswegen bin ich immer gelaufen Oh, mach doch nen Köpfe, ey. Dumme Nuss. So. Was jetzt? Was muss ich jetzt nochmal machen? Ähm. Ähm, ich muss euch wieder oben hin. Ähm, 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 ähm. Ach ja, genau, jetzt ist das Ding ja auf. Ganz blöd. So, safen. So. Hoppa. So, hier ein Glitch. Hä? Oh mein Gott. Oh, wow. So. So. Und dafür habe ich das, das Le, äh, Leben. Ähm. Ja, dafür habe ich mein Leben aufgehoben. Und das, oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Ich bin bezweifelig, dass ich das schaffe. Habe ich schon gespeichert, gespeichert, keine Ahnung. Das wird lange dauern, das wird lange dauern, das weiß ich, das weiß ich. Ah, das kann man abkürzen. Ja, abkürzen ist das jetzt nicht, ist auch kein Glitch oder so. Aber ich könnte die jetzt umgehen, also da müsste ich die nicht töten. Aber da wird jede Menge... So. Aua! Ach so, der ist schon tot. Warum sagt der denn jemand? Oh. Fuck! Die Ola ich bin rausgegangen. Ah ok, ich habe verloren. Ich kann dort umgehen. Fuck. Aber wie habe ich das nochmal gemacht? Hm. Hm. Wie habe ich das nochmal gemacht? Ey, war ja ganz schlecht. Weil sonst, sonst schaffe ich das nicht. Sonst schaffe ich das nicht. Sonst schaffe ich das nicht. Was? Ja, okay. Das war ja noch schlechter. Warum rutscht die so runter? Die sind halt nicht da, ne? Jetzt aber. Hm. Warum rutscht die so runter? Ich verstehe nicht. Okay. Ich habe es geschafft. Ich bin so gut. Das war zum Beispiel ein Problem, ey. Oh, fuck, ey. Ich save mal auf dem Anfang. Wie ich das schaffe, ey. Boah. Ich will das hier nicht machen. Wow, da geht der schon. Ja, da sind wir gar nicht schlecht. Ja, da sind wir gar nicht schlecht. Oh nein. Boah. Boah, leider. Ey, so schaffe ich das nicht. Ich muss es anders machen. Ich brauche das Gitter, Alter. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Hm. Oh nein. Ich brauche das gleiche. Ich brauche das hier. Ich brauche das jetzt. Ich brauche das. Nein. Sind jetzt alle tot. Ja, der Schirmte kommt aber jetzt noch. Die konnte ich wenigstens gut ausweichen. Die Karte ist in der Mitte. Die Karte ist in der Mitte. Das kann so klappen. Hey, ich musste später springen, hab ich voll vergessen. Ach, komm. Nein, nicht hier. Oh, leider. Oh, Lato, was machst du denn? Bist du dumm? Ganz ehrlich. Das ist scheiße. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Speichern Boah, mein Herz, ey Boah, wisst ihr wie happy mich das macht? Was ich da packe? So schnell packe ich das Spiel dann nicht mehr an. So schnell packe ich das Spiel. So schnell packe ich das Spiel. So schnell packe ich das Spiel. Einer noch. Sprecher. Puh, das ist übel. Egal, nur noch einer, das packe ich doch. Okay. Wie bist du denn wach? Ja, das wusste ich mir nicht mehr. Das dachte ich mir schon. Okay. Oh, 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 oh! Leider, Leider, Leider! Das war Wahnsinn und die Musik spinnt! Die Musik spinnt, das schickt mich langsam auf! Aber ich speichere hier auf alle Fälle! Ich mach hier nen Schnitt! Kann mich erst mal freuen! nun mit 9 mit nichts und es ist so wichtig also wer wird das ist nicht aufgenommen nicht so ausgelassen auch geht es in uns gleich ist es dann noch ein bisschen es sind so ein bisschen von dem ganzen Zeug hier also bis gleich